Irgendwann ist doch hier. Nein! Okay, Leute. Jetzt haben wir vier Folgen. Ja, alles gegeben. Okay, ihr habt mir richtig viele Hinweise und Tipps und so weiter. Und eben auch in der letzten Folge wieder, wo ich Diamanten und Redstone und so finde. Ich muss auf Höhe 12. Ja, Freunde. Jetzt bin ich der Pro. Jetzt bin ich der Pro. Ich habe mir hier so ein Seed gegönnt hier, Freunde. Ja, wo ein Piratenschiff zu finden ist, ein Hexenhaus und eine Pyramide und ein Dorf, Freunde. Ich habe mir sogar die Koordinaten aufgeschrieben. Und da raus, Freunde. Da raus. Das kann jetzt nur gut werden. Freunde, das kann jetzt nur gut werden. Ego World 2. Let's go. So, ich will jetzt erstmal eine Bonus-Truhe frei haben. Die brauche ich. Ohne Scheiß, die brauche ich. Ah, mit Fakke. Guck mal jetzt. Wie war das? Shift, ne? Nio, 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 nio. So, wunderbar. Zack, zack, zack. Okay. Mehr kann keiner mehr, was. So, Freunde. Ich bin jetzt der Pro. Oh, ich bin der Mann. Oh, scheiße. Bam. Seht ihr das jetzt? Ich weiß jetzt, was ich drücken muss. So, bam, bam. So, die Kiste nehmen wir natürlich erstmal mit. Bam, bam, bam. Okay, so. Wunderbar. Okay. Wir können überleben. Können überleben, wir können überleben. So. So, wir sind hier wunderbar gespawnt. Dann lasst mich mal, äh, warte mal, das war der falsche Knopf. Das war auch der falsche Knopf. Hallöchen, mein Gott, siehst du gut aus. Ähm. Da. So, Koordinaten, ne? Ich weiß nicht, wir gehen jetzt sofort zu dem Ersten hier, würde ich sagen. Wo sind die Koordinaten? X, Y, Z. Da. X. 160. 63, 42. Ach, du Scheiße. Warte, hab ich jetzt gerade gesagt? 160. Der ist falsch. Da ist richtig. So, da müssen wir lang. Auf 160. Okay. Let's go. So, Abenteuer, Musik im Hintergrund. Oh, jetzt geht los, Alter. Jetzt geht es los, Alter. Jetzt ist vorbei. Jetzt spielt der Ego hier richtig auf Hardcore. Oh, nein, du. Komm her. Bam, Junge. Bam. Oh, du Scheiße. Bam. Habt ihr gesehen? Habt ihr halt gesehen? Bam. Bam. Komm her. Wo ist die andere? Wo ist die andere? Bam. Hm. Wo ist die andere? Komm her. Komm her. Bam. Bam. Super. So, okay. Da ist es schon. Da sehe ich schon was. Da, 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 da. Seht ihr das Häuschen noch? Was haben wir? No. Wir spawnen uns jetzt erstmal hier richtig schön fresh hier. Da. Da ist der Text raus. Dieser Zauberer. Was ist denn so gedacht, ne? Nee. Nö. Bin ich für immer jetzt ver... Bin ich jetzt für immer vergiftet? Ey, stirb ja nicht. Alter, stirb ja nicht. Alter. Okay. Die Hexe wollte es drauf ankommen lassen, der Hexenzauberer-Meister hier. Kann ich auch nichts dafür? Wenn der hier einen auf den Dicken macht? Bam. Bam. Ja. So. Das war der falsche. Warte mal. Kann ich das so abbauen, ne? Okay. Zack. So. Was haben wir denn? Ein Kessel. Genau. Das ist ein Kessel. Können wir ein bisschen was Schönes machen. So. Die Werkbank nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Wunderbar. Das ist ein Blumentopf mit einem Pilz. Okay. Da hinten war Wolle. Wo war die Wolle? Ich habe von weiten Wolle gesehen. Da hinten. Ich brauche ein Bett. Ohne Scheiß. Nee. Ich baue... Ich spiele jetzt anders. Ich spiele jetzt komplett anders, Leute. Jetzt habe ich gelernt. Zwei Folgen habe ich richtig hart gelernt. Jetzt guckt euch das an, hier. So. Ich töte die Schafe jetzt. Zack. Wolle. Komm her. Zack. Wolle. Komm her. Zack. Wolle. Komm her. Bam. Wolle. Komm her. Bam. Wunderbar. Bam. Bam. Und Lammkotelett. Da ist ein Pferd. Oh Gott. Alter. Guck mal, wie viele Schweine hier sind. Alter. Da ist eine Schweineform. Hier, komm. Hier bleibe ich. Hier bleibe ich. Das sieht gut aus. Alter, hier habe ich erst mal alles. Hier habe ich erst mal alles. So, ich sammle mir jetzt Material. Ne? Und dann, gehen wir zum Dorf. Okay. So, ich baue eine Tür. Ah. Tür, 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 Tür. Die kann ich machen. Mach doch einfach mal eine. So. Bam. Genau so. Wunderbar. So. Ey, das wollte ich nicht. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte das anders machen. Ah, gut, dass wir da drunter Steine haben. Das ist echt sinnvoll. Weil ich habe nämlich überlegt, wir bauen so Kisten mäßig, bauen wir alles unten drunter. Habe ich überlegt. Können wir eigentlich tun. Ja, da kann ich mir gleich nämlich auch eine Axt bauen. Noch eine Steinaxt, eine Steinspitzhacke. Da kann ich jetzt gar alles bauen. Das ist sehr, sehr gut. Da brauche ich jetzt nicht zu irgendeinem Berg rasen. Das, ähm, das hilft mir jetzt gerade ungemein. Hey, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist wunderbar. So sammle mal alles ein. Genau. Was aber nicht mal das war. Ähm. So. Ich brauche einen wunderbaren Ofen. Yes, genau. So, den Ofen baller ich mir jetzt mal hier hin. Genau. So. Zack, genau. Okay. So. Ah, ich habe noch keine... Hm. Ja, okay, scheiße. Ich habe noch kein... Keine Kohle. Okay, die muss ich mir... Ja, gut. Die muss ich mir dann auf jeden Fall noch besorgen. Ich brauchte... Genau. Ich brauchte... Leitern. Ne? Genau. Leiter, 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 Leiter brauchte ich. Ähm. Zack, genau. Wunderbar. Ich habe auch kein Holz mehr gerade. Deswegen. Ich brauche nochmal eben Holz. Dann holen wir nochmal eben Leiter. Und dann gehen wir mal zum ersten Dorf. Ich muss was essen schnell. Was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Da ist doch... Alter, hier ist doch irgendwas drunter. Jetzt ist das ruhiger, ne? Jetzt ist das wieder nah. Hört ihr das? Hier ist doch... Irgendwas ist doch hier. Nein! Meine Sachen, Alter. Meine Sachen. Schnell, 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 schnell. Ein Schleim, Alter. Was ist das denn für eine Scheiße? Meine Klamotten sind da unten. Ey, nein! Bitte nicht! Ich brauche Holz. Schnell, 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 schnell. Mach, 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 Digger. Ey, keine Zeit, Digger. Hau rein! Ich muss mir eine Axt machen. Ich muss das Tier töten, ey. Schnell! Mann, renn doch! Wenn meine Klamotten gleich wieder weg sind, Alter, dann haue ich das Spiel aber super von hart in die Tonne, ne? Jetzt ist es dunkel, Alter. Da ist ein Creeper vor dem Haus! Nein, da unten waren doch die Klamotten! Wie komme ich denn da jetzt runter, ey? Ich habe es vergessen, dass das Tier war. Nein! Ich muss da runterspringen. Ich muss da jetzt runterspringen. Au, Baba! Ah! Ah, ja! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Bam, Junge! Ja! Ja! Ich habe es geschafft! Oh! Alter! Oh Gott! Und ich habe meine Klamotten alle wieder! Oh, ist das geil! Oh, danke! Und hier ist Eisen! Oh, hier ist alles! Oh, ist das geil! Komme ich hier raus? Und ich komme hier auch noch raus, Alter! Ich werde bekloppt, ey! Ey, mega! Wo bin ich? Wo ist mein Haus? Da ist mein Haus! Ast rein, ey! Da! Da ist sie! Jetzt rauben wir die Stadt aus, Alter! Jetzt rennen wir da rein, ey! Wir töten alles! Ja, das sieht aber nice aus, muss ich sagen! Das sieht aber nice aus! Oh, da ist schon wieder so ein Eisengolem, Alter! Den töte ich nicht! Ha! 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 Der Deus macht Auge, Alter! So, jetzt schauen wir uns um! Was haben wir denn hier? Ein Kartentisch! Kann ich den abbauen? Yeah! Danke! Korrekt! Mietz, 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 Mietz! Guck mal, da ist Stroh, das nehme ich auch mal mit! Oh! Oh, 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 hier geht es sogar runter! Hier geht es sogar runter! Da müssen wir aufpassen, dass wir da nie runterfallen! Das wär's ja dann wieder! Bei meinem Glück schaff ich das! Das wär's ja dann wieder! Bei meinem Glück schaff ich das! Bei meinem Glück schaff ich das! So, was wollen wir auf jeden Fall? Einen Sattel! Wenn wir einen Sattel finden, wäre geil! Alter, die Stadt bricht rein! Wo waren die denn da? So, was wollen wir auf jeden Fall? Tja, da war er fertig! Guck mal, hier sind auch Blumentöpfe, ne? Hätte ich nicht mehr alle mit, Alter! Probleme damit, Thaddeus? Gehen die jetzt alle in ihren Zimmer? Nee! Ach, Quatsch! Die nehme ich mit! Die nehme ich mit! Ich nehme alles mit! Das ist mir sowas vor... Alter, Thaddeus wollte mich runterwerfen! Habt ihr das gesehen? Nein, bitte nicht! Irgend so ein Nase-Weiß-Taddeus, Alter! Ich weiß es! Katze, du bist auch runtergefallen! Hey! Komm her! Ja, hau ab! Schau mal hier, sie nehmen wir die Kohle schon mal mit! Da war Thaddeus, Alter, dem ich bestimmt gerade einen gepfeffert hab! Der hat mich da runtergeschmissen, Alter! Ich weiß es ganz genau! Ich knew it! Ja, 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 ja! Mein Gott! Komm, hallo! Hey! Hallo! Ist ja gut! Voll am Ausrasten, ey! Die kommt gar nicht auf ihr Leben, klar! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Das ist offensichtlich, dass hier irgendwo ein Creeper ist, ey! Oh, oh! Du warst das, ne? Ja! Mach schau mal! Guck mal, er rennt sofort zum Golem, Alter! Weil er alleine nicht kämpfen kann! Alter, der Golem tötet! Golem, beschütz mich! Golem! Golem, hier sind ein Meer! Töne 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 Töne! Ja! Den auch! Knall ihm eine! Knall ihm eine! Bam, Junge! Da kommt ein Creeper, Digga! Digga, da kommt ein Creeper! Oh! Digga, hinter dir! Digga, hinter dir! Digga, hinter dir! Er töte dich nicht! Er töte dich nicht! Habt ihr gesehen? Der Creeper wollte ein 360 machen! Oh Gott! Dein Knochen für mich neben dem Bogen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Noch einer! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Bam! Bam! Oh Scheiße! Oh! Ja, verbrennen! Verbrennen! Ja! Oh mein Gott! Alter, was ist denn los mit denen, Alter? Die sind sich da nur am lieben, Alter! Guck mal, die beiden auch! Er versteckt sich hier, Alter! Er macht auf Kämpfer! Oh Gott! Ich muss die Sachen wiederholen! Wo bin ich runtergefallen? Wo war das? Hier war das nicht! Wo war das? Oh verdammt! Nein! Ich brauche Erde! Ich muss hier hoch wieder! Oh Gott! Er baut es nicht ab! Oh Gott! Ich komme hier nicht mehr raus! Das war's! Das war's! Ja, das war's! Ja! That's it! Ich bin am Arsch! Ja! Ich bin am Arsch! Hier sind meine Sachen! Ja, Baby! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mama! Es fehlt alles! Betten! Axt! Es ist alles! Wo sind die Sachen? Wo bin ich hochgekommen? Hier! Es war alles weg! Habt ihr gesehen? Es ist alles weg gewesen! Ey, guck mal! Das gibt's doch nicht! Alter, du Drecksack! Es ist alles weg! Es ist alles weg! Ey, alles was... Ich muss... Ich hab alles verloren! Alles, was ich mir ersammelt habe, ist alles weg! Ich hau ab! Nee! Mein ganzes Stroh ist auf! Damit wollte ich die Schweine in meinen Stall locken! Ey! Ich breche zusammen, ehrlich! Ich hau... Ich hau... Ich hau... Ich hau ab, halt da! Gibt's hier noch irgendwo Stroh? Das heißt so Stroh-Doof, ey! Meine Fackeln... Meine Fackeln sind alle weg! Das gibt's nicht! Das kann alles nicht wahr sein, oder? Das kann doch alles nicht wahr sein, ey! Es ist alles weg, was ich mir ersammelt hab, ey! Wahnsinn, ey! So eine Kacke! Nee, das Strohne mir jetzt durch, ey! Und dann hau ich ab! Dann geh ich wieder erstmal zurück zu meinem Heusken! Geh erstmal das sichern, was ich da gesichert... Was ich da jetzt noch habe! Und dann kümmere ich mich erstmal um irgendwelche Gemüsesorten... Anpflanzungen oder so! Ehrlich, das wird so nix! Kartoffeln und sowas! Hier war da... Hier war auch was! Mit Kartoffeln und so! Ich muss hier auf jeden Fall... Ich muss hier auf jeden Fall zurückkommen! Aber jetzt hau ich mir erstmal ab! Koordinaten! Wir haben minus 122! Das war... Das ist ein ganz anderes Dorf! Als was ich mir aufgeschrieben hatte hier! Krass! Das ist ein ganz anderes Dorf! Okay! Gut! Ich muss da 200... Äh, ich muss minus gehen! Da lang muss ich! Okay! So! Abenteuer Musik wieder im Hintergrund! Und ab schnell nach Hause! Auch hier! so trautes heim glück allein willkommen zu hause ego danke gut leute auf den eisen kloppe ich auch mal eben noch schnell reine knochen habe ich schon mal feile habe ich auch für feil und bohnen kann man sich auf jeden fall gönnen so jetzt habe ich noch neun blumentöpfe damit man auch was schönes schauen wir mal okay leute also dann würde ich sagen belassen wir das für heute ja ich hoffe ihr hattet spaß falls ja würde ich mich sehr über einen daumen nach oben freuen ja abonniert den kanal schreibt mir gern in die kommentare ja was ich verbessern kann worauf ich achten muss ja und in dem sinne freunde würde ich sagen sehen wir uns nächste mal wieder also ein wunderschönen tag ja freunde haut rein dankeschön euer whitey ciao